Erstmal auf jeden Fall vielen Dank an Chris und an euren Kollegen Morgner, der das alles ganz gut gemacht hat. Darf ihr auf jeden Fall mal kurz ein Applauseln lassen. Ich bin der Regen Rücken und spiel bei den Ovi Tigers. Mittlerweile haben schon über 56 Spiele der größten Spielgasse absolviert. Und Fitness ist das A und O. Heute ist es so, dass wir ein Functional Training durchführen werden. Es ist ein Training, wo wir unseren ganzen Körper beanspruchen. Am Ende wird derjenige von mir belohnt, der mir das größte Engagement gezeigt hat in der ersten Stunde. Das heißt nicht, dass es jemand ist, der jetzt total fit ist. Es kann auch jemand sein, der vielleicht nicht so fit ist, aber sich müht. Es geht darum, die Einstellung und die Prinzipien. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! 1, 2 runter! 1, 2 runter! 1, 2 runter! 1, 2 runter! Heute bleiben dein Winken! Wir sind sehr nah! Warte, harte! 1, 2, 3, 4, in Hände. 1, 2, 3, 4, in Hände. 2, 2, 3, 4! Einen! 2, 1, 2! 3, 2, 1! 2, 1, 2, 1! Drei, 3, 2 und 3! Move! Move! We win! 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 Bis zum nächsten Mal.